Ayo, Mannheim und Umgebung, Rap-Stammtisch steht wieder an und zwar am 19.03. Mick Chee mein Name, ich weiß nicht ob ich rumkommen kann, aber ich empfehle es euch aus dem Herzen. Geht da hin, Rohawk, checkt es aus, auf den Mic, richtig geil in die Flöße Rap. Geht da hin, peace out.